Hey Leute, was geht ab? Kurzes Infovideo. Ich will euch jetzt mal erzählen, was gestern passiert ist, wieso ich nicht live sein konnte. Falls jemand im Hintergrund lacht, das ist Daniel. Also was gestern passiert ist, wir sind halt E-Roller gefahren, also meine Schwester, Daniel und ich. Und da war es halt so, die lenken ja normalerweise, was der Lenker halt so tut, war halt bei mir plötzlich nicht mehr der Fall, der hat halt geblockt. Und ich konnte praktisch nichts mehr machen. Ich hab dann auch auf die Bremse gedrückt, war aber leider dann schon zu spät, da war halt so ein Metallzaun. Bin ich mit der Hand, die gab auf zu lachen, man, das ist nicht lustig. Bin mit der Hand so hängen geblieben, zwischen, hier war der Metallzaun und der Lenker hat dann halt meine Finger so eingequetscht. Die sehen jetzt schon besser aus. Gestern waren die halt noch übel fett, blau und ich konnte nicht bewegen, heute geht schon wieder. Sind sehr stark verstaucht. Dann hab ich den Lenker halt hier hinbekommen. Das tut auch noch ziemlich weh beim Reden und alles mögliche. Mein Fuß war halt unterm Zaun in so einem, da unten Zaun gucken so kleine Metalldinger raus. Da war halt mein Schuh komplett durchspießt und der C ist wahrscheinlich dann angebrochen, aber kann man nichts machen, weil C kann man nicht gipsen oder so. Das ist halt kleiner C, da kann man nichts machen. Ansonsten geht's mir zum Glück gut. Meiner Schwester geht's auch gut. Die war halt mit auf dem Roller drauf. Die musste auch heute zum Arzt. Die hat halt auch eine Hand geprellt, aber sonst ist alles bestens. Und uns geht's allen gut, aber bitte verzeiht, dass ich heute immer noch nichts tun kann. Dafür werde ich dann morgen ein bisschen früher anfangen, dass wir ein bisschen länger Zeit haben und da können wir dann auch nochmal live über alles reden. Aber ich hoffe, dass meine Haare jetzt gerade okay sind. Wir waren nämlich gerade eben noch draußen. Es hat geregnet. Ich hoffe, ja. Vielen Dank auf jeden Fall für alle, die es bis hin zugeschaut haben. Jetzt so, ich habe auch nichts gegen E-Roller. Ich werde die weiter benutzen. Die Dinger sind ultra geil. Ich meine, man muss 3 Euro bezahlen, hat dann den ganzen Tag so, damit Spaß so ultra geil. Werden auch bald mal vielleicht paar E-Roller-Videos kommen oder so. Wenn ich mir dann, werde ich mir dann wahrscheinlich einen eigenen kaufen. War dann halt jetzt eine blöde Sache, blöde Erfahrung, aber E-Roller am besten jetzt immer, bevor man mit ihnen fährt, ein bisschen abchecken, damit auch die eigene Sicherheit oben steht. Und ja, ich hoffe, euch geht es noch allen gut. Mir geht es jedenfalls gut. Jedenfalls mehr oder weniger. Ich ruhe mich heute noch gut aus, dass ich auch morgen dann halt, wenn ich rede, tut es halt hier so in dem Bereich ziemlich weh. Und ja, ich hoffe, wir können dann morgen wieder ein gutes Stream. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Leute.